Für diese kleine Maus geht's ganz hoch hinaus. Aber Moment mal, so klein ist Baby Mavi gar nicht mehr. Das fällt uns bei diesen neuen Aufnahmen von Cheyenne Ochsenknechts kleinem Töchterchen sofort auf. Am 26. März 2021 erblickt Mavi das Licht der Welt. Knapp zehn Monate später ist sie schon ein ganz aufgewecktes kleines Kind. Und das auch um kurz nach acht am Morgen. In zuckersüßer Strumpfhose mit Schäfchenfüßen und einem rosa Pulli sitzt die Kleine auf einer Decke und kriegt gar nicht genug von den kunterbunten Kuscheltieren und Spielzeugen. Ein bisschen rascheln hier, dann darf es gerne das nächste sein. Und Klötzchen sind ja auch ganz toll. Zuckersüß wie sich Mavi hier schon wie ein kleiner Profi beschäftigt. Da kann Mama Cheyenne sichtlich stolz auf ihr Töchterchen sein. Zu den Aufnahmen schreibt die 21-Jährige. Sie weiß ganz genau, was sie will. Von wem sie das wohl hat? Ja, da langt Mavi kräftig zu. Es gibt schließlich auch viel zu entdecken. Ganz selbstbewusst, vergnügt und einfach drauflos. Hier erkennt man schon, dass das Mutter-Tochter-Gespann ein wirklich tolles Team ist.